So. Nur noch eine Chance. Nur noch eine Chance gebe ich dem Zeug. Eine Chance. Mir ist was aufgefallen. Das hatte ich zwar letztes Mal schon gesagt. Also das, was unglaublich ist, ist einfach, dass man da eine Stunde danach warten muss. Kindergarten. Wenn man einmal versagt, muss man da, um das wieder freizuschalten hier, muss man hier eine Stunde warten. Das ist sicher nicht normal. Auf jeden Fall. Wie man das machen kann, habe ich mir nochmals überlegt. Ich denke, Exfil, das muss sein. Exfil. Man muss Exfil gehen. Direkt dort und Punkte. Weil man bekommt einfach zu wenige Punkte. Viel zu wenige Punkte. Es ist unmöglich, um da irgendwas zu reissen. Wo kriegt man dann die besten Punkte? Bei Exfil. Weil gegen die Söldner habe ich keine Chance. Wenn ich Aufträge füllen will, habe ich keine Chance. Ich habe mit diesen Waffen keine Chance. Damming, Jugger, die für mich absolut wichtig wären und sind. Die sind nirgends. Kann man noch kaufen. Oder zumindest mal. Zumindest mal. Zumindest mal. Ähm. 100 Punkte. Und einfach killen ist glaube ich 80. Ich bin jetzt nicht sicher. Oder auch zu messern bekommt man mehr als 100 Punkte. Also darum macht man ja die ersten 2, 3, 4 Runden im normalen Zombie. Für mich ist das nicht Zombie. Also ich meine. Was das betrifft vom Zombiespiel. Ähm. Der klassische meine ich. Das ist total unterschiedlich. So Rom, man macht ja die ersten 3, 4, 5 Runden. Und beim klassischen Zombie macht man immer Punkte. Punkte. Outbreak. Da bekomme ich auch viel mehr Punkte. Kann ich gleich was machen. Ist das nicht das gleiche? Äh nein. Gleiches Zeug da. Was ist denn das für eine? Okay. Ähm. Also ich muss Exfil gehen. Ich gehe gleich Exfil. Wo ist Exfil? Wo bin ich? Wo ist Exfil? Na gut, jetzt hatte ich Pech. Hä? Jetzt hatte ich Pech. Minus. Nein, kein Exfil hier. Nein, jetzt habe ich Pech. Das ist hier gar kein Exfil. Das finde ich das Arsch komisch. Ja ich höre euch. Scheisse. Ja. Dann gehe ich gleich raus. Das ist das... Beenden zum Desktop? Nein, ich will nur hier raus. Dann kann ich hier nicht raus. Ich will nicht beenden und... Dann kann ich nicht raus. Dann kann ich nicht rausgehen. Das bringt nichts. Ich will gleich ex-viel Gehen. So, Gott sei Dank. Und jetzt... Das Problem ist jetzt... Jetzt kann ich gar nicht mehr rein für meine Klasse. Eine Stunde lang. Einfach schlecht. Einfach gegen Spieler. Das machen. Also ich weiss auch nicht. Im Multiplayern machen sie so viel, dass jeder Casual Gamer kommen kann. Dann ist das laut. Das will ich auch wegbringen, da. Gut, das ist ja sowieso das letzte Mal. Ich gehe mal doch nach Rush. Nach Rush. Nach Rush. Nach Rush. Einstellungen. Ja, ja. Ist ja gut. Okay. Einstellungen. Äh, Audio. Wieso ist das so laut? Ich habe keine Ahnung, warum das so laut ist. Ich habe keine Ahnung, warum das so laut ist. Ich habe keine Filmsequenz. Aber ich... Ich mache mal da mit den 50. Und jetzt geht es ja nicht mehr. Wow. Ich habe nichts. Ich habe jetzt überhaupt nichts. Ich habe gar nichts. Ich habe keine. Hey. Wow. Ausrüstung. Gratis Ausrüstung. Geht das jetzt absolut eine Katastrophe. Das ist ja wahnsinnig. Also eine Pistole. Minimum eine Pistole. Das geht gar nicht. Was ist hier los? Ich habe im Multiplayer. Im Multiplayer. Kann jeder spielen. Das ist krass. Ich habe gehört. Und das ist ja schon lange immer so gewesen. Schon seit Black Ops... Nein, Modern Warfare 2. Also 2001 oder 11 oder wann ist das gewesen? 2011 oder so. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Aber Black Ops 1 war ja noch nicht so. Aber Black Ops 2. Seitdem es keine Dedicated Server mehr gab. Bei PC. Ich spreche immer von PC. Konsolen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das krasse ist einfach dort immer gewesen. Wenn man 2, 3, 4 Spiele gut war. Da wird man immer gelevelt in dem Sinn. Dass man nur noch dann gleich starke Gegner hat. Wie man ist. Da schwitzt man sich halb tot. Oder? Dort wird es schön. Und wenn man sehr schlecht ist. Bleibt man einfach im sehr schlechten Lobbys drin. Das ist ja gut. Aber. Das Problem ist. Was ich jetzt hier sagen will. Bei Zombie. Ich meine. Wenn man Anfänger ist. Und zur Sau geschlagen wird. Warum werde ich bestraft? Dass ich keine Waffe mehr auslesen kann. Da muss ich eine Stunde warten. Bis ich wieder spielen kann. Um dann diese Waffe. Chemo. Ausrüstungen. Etc. Dass ich dieses. Schaffen kann. Das ist völlig irrsinnig. Da kann ich ja nicht mal. Mich challengen. Oder wenn ich das im Griff hätte. Hätte würde. Das ist. Ja. Es ist eine Katastrophe. Ich kann mich nur wiederholen. Eine Katastrophe. Ich habe kein Geld. Ich habe nichts. Das bekomme ich. Ha. Ist ja der helle Wahnsinn. Okay. Cool. Jetzt Exfil gehen. Absolut Katastrophe. Sind jetzt Exfil nirgends mehr. Oder. Haben die das rausgenommen. Oder. Ich verstehe noch Bahnhof. Hey. Es gibt gar keinen Exfil. Das ist der helle Wahnsinn. Hey. Das ist krass. Es gibt gar keinen Exfil. Wofür bekomme ich? Ich bekomme 20 Punkte. Wo? Wo? Ah. Aufstützung. Ich bekomme 20 Punkte für nichts. Okay. Dafür gilt es die noch. Gut. Bis jetzt. Wieso gibt es keinen Exfil? Nein. Das ist so mühsam. Aber ich will es jetzt trotzdem noch. Ich habe 150 Punkte. Ah. Jetzt ist Exfil. Mann. Treffe ich nach. Oder was? Ich gebe Exfil. Ich habe drei Viertelstunden Zeit. Ich muss killen. So viel wie möglich. Aber eben. Okay. Oh shit. Three Phoenix. Okay. Okay. Ich bekomme nur Punkte, wenn ich es kille. Ich bekomme keine Punkte. Oh mein Gott. Volle Panzerung. Ich bekomme ja keine Punkte. Ich dachte ich bekomme. Ich muss killen, damit ich Punkte bekomme. Oh. Ja gegen einen interessiert mich nicht. Ah. Ich muss killen und Punkte zu erholen. Oh. Gut, weiter. Das ist scheisse, so bekomme ich noch weniger Punkte. Was, 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 was? Ja, wir müssen killen und Punkte zu erhalten. Ja, das ist nicht friendly. Spielerfreundlich. Ich bekomme noch Moni. Moni, Moni. Bombe, bis 400. Hey! Aber ich bekomme... Mein Gott geht das lange. Welches Exfil ist am nächsten? Hm. Weiter, irgendein Sukori-Gewehr. Gut. Gut. Hat da irgendjemand was. Okay, Panzerplatte. Hey! Vollschirm raus! Meine Fresse! Ich habe ja gedrückt. Ja, man muss immer killen. Ich habe noch genug, Moni. Nein. Ja, man kann bei allen nur... ... bei Kills. Wir haben schon sechs Minuten vergangen. Für nichts. 1600. Zehn Minuten vergangen für 1600. Ich bin weg. Zu wenig Zombies. Zu wenig Zombies. Sind noch viel zu wenig. Die müssen hinterher. Ja, das ist sehr gut. Da muss man wirklich herumrennen. Sehr gut. Bord. 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 Kommt alle zu mir. So! Gut. Wie viele habe ich? 1800? da kommt nichts die X-Feel da kommen ein bisschen mehr yes das ist Wahnsinn das ist wirklich nicht normal sowas die X-Feel äh 1008 ich bekomme immer noch 2 20 20 wow er trifft mich aber ich hier nicht nicht schlecht traumhaft ich suche den X-Feel gut gut Ding habe ich jetzt mal also Muni meine ich 2000 habe ich jetzt mal das Spiel verlassen das macht keinen Spass es nimmt ein Wunder ob ich da im richtigen schon wieder fuck fuck es ist so weit ich bin gleich dort X-Feel ich gehe nur auf X-Feel so 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 das ist so ein Scheiss man kann gar nicht anders spielen was soll so 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 Ah shit wir können mal schauen ich werde vielleicht X-Feel bekommen ich bekomme jetzt keine Überpunkte habe ich jetzt bekommen gut Fertig. Ich bekomme 20 Punkte. Ex viel. In 12 Minuten habe ich 2.835 Punkte gemacht. 2.800. Das ist nichts. Das ist einfach zu lange. Wahnsinn. Und jetzt? Vergrößte Zeit für sicher eine Waffe. Sind sie gut? Was ist denn so für ein Scheiss? Ich habe nur Kritik für das Spiel. Ich habe nur Kritik. Ich bin ja exfiltriert. Was ist das Problem? Schauen wir das an. Ah, das bekomme ich jetzt. Und das? Erholungszeit. Mein Gott, eine... Ich verstehe nicht. Ein versicherter Platz braucht Erholungszeit. Und das sind gesperrte. Wahnsinn, hä? Also, ich finde es katastrophal. Das ist Spielspass heutzutage. Der helle Wahnsinn. Hätte mir die... Was sind das gewesen? 60, 70 Euro sparen können? Wenn ich das gewusst hätte. Jetzt habe ich 3 Jahre kein Gold mehr gekauft. Ich werde es in Zukunft nicht mehr kaufen. Nur wenn ich ganz sicher bin, dass man... Schaue ich wirklich das genau an. Wenn es rundenbasiert kommt. Gut, das ist ja nicht abgehackt, dass es nicht kommen könnte hier. Aber das ist eine absolute Katastrophe. Aber was habe ich erwartet? Ich meine, es sind seit über 15 Jahren immer das gleiche Problem. Es wird einfach jedes Jahr schlechter. Hm. Also Zombie nicht unbedingt. Bis zu Black Ops 4 Zombie. Vielleicht noch ein bisschen Cold War Zombie. Das ist auch nicht schlecht. Aber bis jetzt, muss ich also sagen, ist das Spiel eine Katastrophe geworden. Ich kann es nicht beantworten wegen Multiplayer. Aber Multiplayer ist seit Black Ops 1 immer nur schlechter geworden. Von der Verbindung her. Vom Spiel Spass nicht. Weil da muss ich sagen, bei Black Ops 4 hatte ich Spass. Cold War war auch noch gut. Und dann, als ich Van Guard gesehen habe, hat es mir abgestellt. Gut, ich muss sagen auch, bei Black Ops 1 auf Black Ops 2 hatte ich die grössten Verbindungsprobleme. Weil von Dedicated Server, wo ich auslesen konnte, zu Black Ops 2, wo ich keine Dedicated Server mehr auslesen konnte, Sondern, es ist einfach automatisch zusammengekommen. Es ist total was anderes gewesen. Also, wirklich keine Katastrophe. Komm, ich will Maps sehen. Map, hallo. Es funktioniert Map nicht. Und jetzt. Wo ist Ex-Phil? Wo ist Ex-Phil? Oh mein Gott. Das ist kein Ex-Phil. Das ist kein Ex-Phil. Vielleicht haben die alles schon gemacht hier. Bei Ex-Phil. Darum gibt es keinen mehr. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschnallt. Wie, was, wo, warum. Äh... Was wollte ich? Hierher. Also. Ich saue es mal davon. Ich weiss auch. Irgendwo hier drin hat man immer wieder was zu kaufen. Aber man hat keine Punkte. Was soll ich machen ohne Punkte? Was soll man machen ohne Punkte? Warte. Wo? Ah, hier. Oh nein nein. Backup. Ups. Was ist hier? Ah, das sind... Tausend. Mit einer solchen Scheisswaffe tausend zu zahlen. Gut. Da kann ich ein bisschen üben zu scheissen. Oder zu treffen. Sagen wir es mal richtig. Oh shit. Echt? Aber da spiele ich effektiv lieber... ...die anderen Zungen. Zum Üben zu treffen. Als so ein Scheiss. Äh, ich dachte man kommt hier raus. Nein. Das ist ein Gift. Wo bin ich... Ah, doch hier! Ah, das geht immer ein bisschen länger. Ah, ja, ja. Okay. Exfil. Aber... Ich meine... Ich bin ja exfil gegangen. Wieso funktioniert das nicht mehr? Das schnalle ich nicht. Ich muss nicht Punkte machen. Und das bringt nichts. Es geht nur um... Levin Bäugeträter. Also ich verstehe nicht, was da Spielspass sein sollte. Also als Solo-Spieler ja sowieso überhaupt nicht. Aber wenn man da zusammenkommt, was will man da spielen? Aufträge. Wenn die Aufträge so angepasst werden, wie bei Cold War. Ich meine, wenn man alleine ist, dann hat man sicherlich nicht so viele Gegner. Wenn man zu zweit ist, hat man mehr Gegner. Ich meine, ich habe auch zu zweit Outbreak gespielt. Ich schicke. Was ist das? Dick Tippel. Oh mein Gott! Ey! Ho ho ho! Ich habe auch hier oben was gesehen. Wo ist das Ding wieder? Wo ist das Ding wieder? Wo ist das wieder? Du hast nicht was gesehen? Nein, ich habe auch hier unten. Wie ist das Ding wieder? Das Ding wieder dahinten. Ich habe aber auch hier nicht kommen. Im Klisch. Ich habe auch hier... Wer bin ich glaube, wenn ich nein und das Ding wiederum bin. Ich glaube, das Ding wiederum das jetzig ist. Nimm einen Moment, ich habe alles. Ich habe nichts getan. Ich bin jetzt jetzt noch dazu, ich habe ja auch hier einen Platz gewonnen. Okay, jetzt habe ich zwei Exfil gemacht, die geglückt sind. Da, schliesse einen Auftrag, nicht, Exfiltriere da. Wieso geht das nicht weg? Jetzt nimmt sie mir das weg. Was ist mit dieser Waffe? Nein, diese Waffe kann ich jetzt behalten. Das System ist eine Katastrophe in meinen Augen. Man ist gar nicht in einem Spiel. Was nützt mir da? Also eben, ich verstehe nicht, was nützt mir das? Kann ich ja alles nicht spielen. Ping, Exfiltriere. Da bin ich ja dran. Beute Depots. Wahnsinn auf Upsticker. 1500 Punkte, wenn ich das mache. Tötere also, indem du sie überfährst. Repariere ein Fahrzeugreifen. Das ist mehr ein Adventure Spiel als was anderes. Nein, das ist ein Adventure Spiel. Nicht Zombie. In meinen Augen. Das erwartet man immer noch. Also man. Ich. Es ist schade. Also ich finde es eine Katastrophe. Also das erste ist sicherlich die Klasse. Man kann einmal wählen und dann muss man eine Stunde warten. Das ist eine totale Katastrophe. Die zweite Sache. Also wo das erste genau nicht löst. Ähm. Die zweite Sache ist eben. Man bekommt keine. Achso. Kein Geld. Man kann so nicht überleben. Das sind einfach die zwei Sachen, die ganz extrem sind. Geld. Weil Stemming wäre schön. Banschen wäre schön. Oder nur Banschen 5000. Man braucht ja nicht. Vielleicht nicht. Ähm. Jugger. Ich meine. Das ist alles Stufe 1 gewesen, wo ich drin bin. Da kann man nicht auf Stufe 2 gehen. Da ist man gleich tot. Ich bring ja nicht mal die. Die Aufträge fertig im ersten Teil. Oder. Was will ich da? Also mich nimmt es Wunder, wenn ich dann Black Ops 3. Black Ops 4. Oder Cold War Zombies spiele. Wie ich noch spielen kann. Das nimmt mich Wunder. Weil da bin ich die reinste Pfeife. Die man rauchen kann. Hehehe. Ah ja echt. Ich muss zuerst das schauen und dann fange ich wieder an zu streamen. Aber ich muss noch da ein bisschen schauen, wie das funktioniert bei mir. Bis jetzt die Aufnahme geglückt. Ähm. Ton glaube ich ist jetzt auch einmal richtig. Dass das so laut war. Termingrad. Batterie. Schraubendreher. Schraubendreher. So Schraubendreher. Wo ich 10. 10 Kohle. Ich drücke immer. Ich weiss schon. Oh. Da hat sich noch etwas. Oh. Nice. Oh. Was ist das für? Ah. Was ist das für eine Waffe? Oh. Oh. Okay. Oh mein Gott. Was ist das für eine Scheisse hier. Was ist das für ein komisches Ei? Hey, muss ich da ein Eilegen, ein Eilegen. Hä? Was ist das für eine Bombe gewesen? Muss man das killen hier, oder was? Bildhase. Muss ich hier raus? Warte. Oh, das ist nicht gut, hä? Was muss man da machen? Ich habe keine Ahnung. Hä? Er macht da etwas Spurig. F**k! F**k! Au! Hui! Der weiss wie das geht. Ah, der hat... Das komische Ding... Knallt daran. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, bei mir hier. Ja, wenn man weiss, was man machen muss, dann ist es vielleicht gut. Dann geht's. Wo ist er? Ich bin 100%ig. Ich bin 100%ig. Ich bin 100%ig. Wo ist er? Ich bin 100%ig. Nein, nein! Er geht irgendetwas machen. Gut, er hat wahrscheinlich extrem Punkte bekommen für das. Ah, darum stehen die herum, da! Das verstehe ich... Ich muss ihm besser hin. Bist er da fertig ist? Wo ist er? Hier. Ok, was geht jetzt? Ah, dort ist auch noch einer. Ok, bin dabei. Ok, ist das auch fertig? Oh, ich muss nachladen. Mein Gott, ich komme nicht vorwärts. Ich bin da blockiert. Ok, was geht? Ok, der versteht es einfach hier. Man sieht nicht sein Level. Geht jetzt? Wann geht er? Warte, ich decke ihn einfach. Was macht er jetzt? Ja, lernt man, was macht er jetzt? Ok, wir schauen was er macht. Ich gehe ihn einfach immer hinter ihm. So. Es gibt 400. Das ist ja nicht schlecht. Ist er? Oh scheisse, ich komme. Mann, es scheisst langsam mit dem Scheiss. Das ist scheiss schnell. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh scheisse. Ich bin da. Wo ist er? 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 Fuck. Ah ha ha! Oh ho! Wow. Okay. 5,000. Ah. Du verstehst einfach. Ich unterstütze ihn einfach. Jaja, natürlich. Das ist kein Solo-Spiel. Total nicht. Er macht diese Aufträge hier. Okay. Nachladen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber alleine ist das so schwierig. Ah, mit dem kann ich schneller rennen. Aber mit dem nicht. Doch. Jetzt geht's. Pass doch auf! Schade nach! Wechsel das Magazin! Geht er nicht zur Bombe? Nein, dann nehme ich's auch nicht. Wohin geht er? Er geht schon weg. Okay. Ich denke, ich hätte die Bombe nehmen können. Aber ich will die Mission nicht gefährden. Ich weiss ja nicht, ob man das... Ja. Ja. Wo rennt er hin? Okay, er ist schon wieder weg. Da hinten. Irgendwas hört sich da komisch an. Da tönt was. Wo ist der? Hier. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh. Der Team ist her. Ich habe es abgeglichen. Kann ich nicht? Oh, shit! Genau. Das war ja nicht schlecht. Aber ja, was soll's. Ist schwierig, ist auch schwierig. Meine Fresse. Ist das schwierig. Zu schwierig. Und wir sind erst beim ersten gewesen. Eliminiert. Ich habe kaum Punkte gehabt. Gut gemacht. Es macht keinen Spass. Also mir macht es keinen Spass. Es ist schwierig, weil... Man hat... Bergs nicht. Die Punkte fehlen einfach. Die Punkte fehlen. Jetzt schauen wir das an. Da muss man immer noch warten. Das ist total scheiss. Scheiss Game. Scheiss Game. Absoluter Scheiss Game. Absoluter Scheiss Game. Dann aufs nächste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.